Ferhat Döner. Es sind doch eigentlich alle Fragen beantwortet, oder? Ist es der beste Döner der Welt? Ja. Die Qualität ist unschlagbar? Ja. Der Preis ist unschlagbar? Echt bin ich. Die einzige Ausrede, warum ihn viele noch nicht probiert haben, ist die Warteschlange. Doch wie lange steht man wirklich an? Sind es vier Minuten oder doch? Deine Stunde. Ich und viele von euch wissen es nicht und deswegen finden wir es zusammen raus. Und ich habe noch meinen besten Homie dabei, der diesen Döner noch nie gegessen hat. So Dani, warst du schon mal bei Ferhat Döner? No. Freust du dich? Ja. Wie sehr freust du dich? Ein bisschen. Also das ist auf jeden Fall Daniel, mein bester Freund aus der Kindheit. Sag mal so, es sind alle Fragen beantwortet zu Ferhat Döner, aber... Eine Frage ist noch offen. Der Frage werden wir auf jeden Fall auf den Grund gehen so. Und gleichzeitig zeige ich meinem besten Freund mal den Döner, weil er hat mich schon mal besucht und wir haben es da nicht geschafft. Wir sind in der U-Bahn. Nächste Station sind wir da. Hallo. So, heute essen wir Döner. Nächstes Mal essen wir Schawarma. Wo du willst. Ich zeig dir einen in Wien. Dürüm ist türkisch, Schawarma ist arabisch. Schawarma ist rumänisch. Nicht ertrinken. Das Problem ist an dieser U-Bahn-Station, ich weiß immer nicht, wo ich hier hochgehen muss. Auf der Seite oder auf der anderen Seite, aber ich glaube diesmal ist es dort. Wenn jemand so auf dich zuläuft, antäuscht. Ihr kennt das auch, oder? Wenn der auf jemanden zuläuft, dann ist es immer so ein Ankremessi, Ankremessi. Ich glaube, wir sind wieder falsch, das gibt es doch gar nicht. Zeig mir den Weg, weißt du? Versuch mal zu finden. Aber hier stinkt, hier riecht noch kein Fairheart. Auf diesem Weg? Ja. Okay, versuchen wir. Geh deiner Nase entlang. Boah, man riecht es echt schon, Bro. Ich schwöre, man riecht es. Wir sind wirklich noch weit entfernt. Herzlich willkommen im 10. Bezirk, Ladies and Gentlemen. Fairheart, du brauchst eine zweite Filiale. Und zwar unter meiner Wohnung. Wenn nicht, darfst du auch gerne den Spieß immer in meiner Wohnung. Vorbereiten. Was sagst du dazu? Okay, perfekt. Dani zieht auf jeden Fall in die Schweiz. Der Mann kann eigentlich Deutsch. Problem ist, ist nicht mehr so on point. Ich würde sagen, so eine 6 von 10 Deutsch. My Germany is a little bit rusty. Rusty. Rusty German. Auf jeden Fall wird der Mann Schwierigkeiten haben in der Schweiz. Sagen wir es mal so. Du bist richtig gegangen. Siehst du da hinten schon das Schild? In der Entfernung kann ich auf jeden Fall schon Fairheart. Und sein sehr kleines und unauffälliges Schild finden. Die Sache ist auch, warum ich mir gedacht habe, hey, ich teste einfach mal, wie lange man ansteht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange die Schlange ist. Wir sind aber zur Mittagszeit gegangen. Es ist jetzt 14 Uhr. Kurz vor 14 Uhr. Um diese Ausrede endgültig zu löschen. Warum Leute sagen, ja, ich konnte nie zu Fairheart gehen, weil man steht da immer so ewig an. Und am Ende ist auch die Frage, okay, man steht an für einen Döner. 15, 20 Minuten. Und dann kriegst du aber einen Döner, der on point ist. Nicht, du kriegst irgendeinen Döner. Let's see. Ja, schön. Der Mann glaubt mir nicht, dass es der beste Döner auf der ganzen Welt ist. Aber das finden wir gleich raus. So, ladies and gentlemen. Ich sag euch so, wie es ist. Die Schlange ist länger, als ich jemals gesehen habe. Also da ist Fairheart zwar. Die Schlange geht gerade bis dahin. Das sind so 60 Meter. Das ist crazy, oder? Das ist crazy. Also die Schlange ist auf jeden Fall heute nicht kurz. Ich werde jetzt auch gleich eine Stoppuhr anmachen, wenn wir uns gleich anstellen. Und mal schauen, wie lange das Ganze dauert. Die Schlange ragt ungefähr 30 Meter raus. Stellen uns an, ich werde die Zeit stoppen. Also, okay, das sind meine Wecker, by the way. Ja, ich bin ein kompletter Psychopath, was Aufstehen angeht. Drei, zwei, kommt noch jemand? Lassen wir noch die vor. So, drei, zwei, eins, los. Was ist das für ein Handy aber? Das ist arm. Nein, Bruder. Das ist auch ein teures Handy. Hier, Bro. Kommt ihr öfter zu Pferd? Ja, schon. Wie ist das mit dem Anstehen? Dauert es zu lang oder geht? Länger, so dauert es so eine Stunde. Wart ihr schon mal eine Stunde hier gestanden? Ja, ich schon. Normalerweise halbe Stunde. Halbe Stunde ist okay, wenn man einen guten Döner bekommt, oder? Aktuelle Wartezeit, zwei Minuten zwanzig. Wir sind zwei Meter vorgekommen, will ich mal. Zwei Meter. Wir haben noch so 15 Meter. Wie viel ist das? 15 Meter bis rein? 15 Meter, ja. Drinnen darf man aber nicht vergessen. Du bist 15 Meter, dann bist du im Laden und dann gibt es noch so ein kleines U, was du auch gehen musst. Vier Minuten. Wir sind vier, fünf Meter vorgekommen. Also, wir bewegen uns eigentlich ganz langsam die ganze Zeit. Wir werden auch gleich reinschauen. Wir bewegen sich auch acht, neun Menschen. Zwei Leute am Schneiden, zwei am Brot machen, hinten noch Bäcker, blablabla, aber das zeige ich euch gleich alles. Und natürlich werde ich auch noch gleich und am Ende des Videos euch erklären, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ja, warum die Wartezeit wahrscheinlich bald komplett Geschichte ist. Dann gibt es auch keine Ausreden mehr für mich, dass ich sage, ey, ich fahre hier nicht her. Muss ich mich auch selber mal an eine eigene Nase packen. Willst du Tee? Also, wie ich gerade mitbekommen habe, wenn man in der Schlange steht, wird auch Tee verteilt. Das heißt, die Dame läuft von hinten da durch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da hinten steht die Dame und verteilt Tee. Das finde ich auch einen sehr, sehr süßen Move. Wartezeit wird nochmal etwas erleichtert. Wie lange seid ihr angestanden? Von dem Ding bis wir eine halbe Stunde. Bis ihr am Tisch essen konntet? Und war böse lang oder ist auszuhalten? Auszuhalten, weil man bekommt die Eile, das ist der Chili. Sehr geil. 20 Sekunden später, Randy hat seinen Tee. Wir sind, ich würde sagen, zwölf Meter vorangekommen. Zeit sagt neun Minuten. Was habe ich da umge... Ah, jetzt halt hier. Neun Minuten dreißig. Also bei Minute neun habe ich ungefähr diesen Tee bekommen. Stand schon bei Kaufland länger an der Kasse, sagen wir so. 14 Minuten 11, Ladies and Gentlemen. Und Randy hat seinen Fuß im Geschäft. 14 Minuten mit einem Tee. Die drei Minuten habe ich nicht gemerkt. Ihr seht, die Schlange hat sich nicht verkürzt. Die Schlange ist immer noch lang. Ab jetzt geht der Fun-Part los. Man sieht die Dönerspieße, man riecht das leckere Fleisch. Man sieht die Leute arbeiten, schwitzen hinter diesem Grill oder vor diesem Grill. Dann sieht man hier drin noch dieses kleine U, das man gehen muss. Und steht dann schon, ich glaube, bei der hintersten Ecke beim U steht man und kann schon bestellen. Bis jetzt ein Easy Game. Ich bin noch gut gelaunt und ich bin wirklich kein geduldiger Mensch. Ich sage euch so, wie es ist. Wenn einer ungeduldig ist, dann bin ich's. Was Essen angeht. Ansonsten bin ich sehr geduldig. Das Fleisch ist sehr groß. Das war cheese. Ich weiß nicht mehr, wie viele Kilo die haben, aber ich glaube, das letzte, was ich gehört habe, waren so 300 Kilo fast. Es sind nur drei Dinge, oder? Du kannst auf Deutsch. Nein, ich kann nicht. Komm, wir üben jetzt mal dein Deutsch. Erklär mal das Menü. So, wir haben so ein Döner-Sandwich, Döner-Dürüm und Döner-Teller. Was sagst du zu den Preisen? Echt billig. In München zahlst du für einen Döner sieben bis neun Euro. Hier zahlst du 5,80 Euro. Ich sage dir auch so, wie es ist, mein bester Freund. Ich habe zu dir gesagt, das ist der beste Döner der Welt. Ja? Ich weiß nicht. Ich weiss. Aber machen wir so, du weißt in dieses Fleisch rein und dann sagst du mir einfach deine Meinung. 19 Minuten bis jetzt. Ist es okay oder ist es zu lang? Wenn ich in einem Rutsch bin, glaube ich, ich würde es nicht. Wenn du einen Termin hättest, blablabla. Okay, das verstehe ich. Legitimes Argument. Ich hätte gerne einen Döner-Teller, einen großen, und ein Döner-Sandwich. Das ist auch mit. 180 ist am besten, oder? Ja, ist das dann. Okay. Die beiden Sachen. So, wie essen? Mitreiß? Mitreiß, ja. Ist okay. Danke. So, wir haben bestellt nach 23 Minuten 30. Völlig verkraftbar. Wenn man 45 Minuten Pause hat oder 40 Minuten Zeit hat, kannst du 20 Minuten essen. Jetzt schauen wir mal, wie lange wir einen Döner kriegen. Ja, da machen die das Brot frisch. Da ist auch direkt, ihr seht, dass jedes einzelne Döner-Brot wird von diesen fleißigen Damen hier frisch auf einem Holzkohle-Grill gemacht. Also, komplett crazy, oder? Jedes Brot. 180. Wie geht's, Chef? Alles gut? Wer geht mit dir? Alles super, alles super. Hallo, wie viel, wie viel? 300. 300. Sandwich mit allem? Sandwich nehme ich immer mit allem. Ich habe aber auch sehr lange kein Sandwich mehr gegessen. Döner-Teller ist meiner Meinung nach der beste Kolbe-Fährd. Immer einen Döner-Teller nehmen. Drei Minuten, genau drei Minuten später ist alles da. 27 Minuten und wir können uns hinsetzen an den Tisch und essen. Können wir den nehmen? Dankeschön. 27 Minuten hat jetzt alles gebraucht. Ich sage euch so, wie es ist. 27 ist meine Lieblingszahl. Ich würde auch eine Stunde anstehen, aber ich bin auch ein Mensch mit Zeit. Deswegen, jeder muss es natürlich für sich selber bewerten. Ab der 14. Minute war mein Fuß im Geschäft und dann vergisst du die Zeit, weil du bist umgeben von diesen zwei schönen, fleischigen 300 Kilogramm Spießen. Und den habe ich lange nicht mehr gegessen und ich weiß nicht warum. Ich muss wieder öfter kommen. Das ist die krasse Größe, die ich bis jetzt hatte, seitdem ich hier bin. Da habe ich noch nie so heavy gut gemacht. Das ist jetzt für mich gerade wirklich perfekt. Und schmeckt auch jetzt ein bisschen salziger, habe ich das Gefühl. Voll geil halt. Ich mag es. Bro, dir ist schon bewusst, du musst mit dem Brot Fleisch nehmen. Immer so viel Fleisch wie Brot. Dann mit der Gabel einfach hier alles, was man so rauskriegt. Nicht zu viel Salat, Salat ist gesund. Nein, natürlich, Salat schmeckt geil. Zwiebeln ist wichtig, hast du so eine kleine Rolle wie ein Mini-Dürren. Perfekt, genau so ein bisschen essen. Das ist für mich oder die Afrikaner machen das? Der Mann glaubt mir nicht, dass man das so isst. Du musst mal ein bisschen üben, ne? Das ist nicht einfach. Ein bisschen zu wenig Fleisch würde ich noch sagen, aber... Nein. Okay. Für das erste Mal ist okay. Okay. Du hast zwar mehr ein Schiff gemacht, das war keine Rolle, aber das passt schon. Falls mein Mund jetzt noch ein bisschen dreckig ist, tut mir leid, aber ich musste kurz aufstehen. Ihr könnt euch erinnern, ich stand hier. Schaut, wo die Schlange jetzt ist. Jetzt ist man wirklich schon 50 Meter vom Laden entfernt. Komplett crazy. Wir essen jetzt auf und dann gebe ich euch noch einen kleinen Einblick oder sag euch noch was dazu, zu dem Thema, was die Wartezeit angeht. Der absolute Lieblingswiss von mir. Hast brav aufgegessen. Morgen wird's nicht regnen. Wie lange stehst du schon an? 5 bis 7 Minuten. Wo seid ihr? Sind das deine Jungs dort? Ja, die 5 da. Okay. Aber sag ehrlich, Bro. Sag ehrlich. Wallah, der ist mal. Ich schwöre. Okay. Das ist wirklich gut. Lohnt sich diese 10, 15 Minuten anzustehen? Für den Döner? Auf jeden Fall. Ich hole direkt 2. Einer war Fehler. Sag dir so einen Tipp von mir. Döner, Teller probieren. Finde ich persönlich noch ein bisschen besser. 180 Gramm Fleisch, glaube ich, beim Döner, Teller. Oh ne, 300 Gramm Fleisch. Du wirst satt und dein Magen ist auch nicht zu voll. Das werde ich machen. Lasst es euch schmecken, man. Dankeschön. Gerade der Döner? Richtig gut. Zufrieden? Zufrieden. Zu dem Geheimnis, was ich euch sagen will, was auch kein Geheimnis mehr ist. Da drin sind auf jeden Fall viele, viele Leute am Arbeiten. Seit mehreren Monaten. Für euch, für alle Gäste, für mich, für jeden, der Döner liebt. Ich sag so, wie es ist. Ich hoffe, dass auch egal, wie viele Sitzplätze da drin sind, dass die Schlange noch doppelt so lang wird. Aber, da werden viele Sitzplätze drin sein. Ich will nicht zu viel verraten. Ich denke, das mit der Zeit in der Schlange hat sich hiermit auch erübrigt. Aber lasst mich gerne mal wissen, ob ihr sagt, 14 Minuten hier draußen kurz zu stehen, um so gesagt zu warten, ob man einen Döner bestellen kann, ob das jetzt zu viel verlangt ist oder nicht. Peace. Lasst es euch schmecken. Bis bald bei Ferhat. Vielleicht sieht man sich mal. Vielleicht sieht man sich woanders. Filmt schon? Filmt schon? Filmt schon? Filmt schon? Filmt schon?